13.06.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 110 des Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Heute wird der Sektor um Avdivka recht interessant, denn da waren recht viele Frontverschiebungen. Bei Novo-Alexandrivka konnten die Russen die Felder im Süden der Ortschaft erobern. Die 100. mechanisierte Infanteriebrigade der ukrainischen Armee befindet sich nun hinter der Verteidigungslinie und zum Teil auch noch im Westen der Ortschaft. Etwas weiter im Süden befindet sich Novo-Pokrovsky und das befindet sich nun in den Händen der russischen Soldaten. Von dort aus wird nun versucht über die Straße voranzukommen, sodass man, wie bereits schon einmal besprochen, das Gebiet westlich von Semenivka einkesseln kann. Der zweite Angriff bzw. der zweite Angriffsvektor erfolgt vom Süden her aus Richtung Umansk, während auch aus dem Osten aus Richtung Semenivka angegriffen wird. Wie gesagt, das Gebiet hier ist wirklich stark umkämpft und zwar von drei Seiten. Ich denke mal, dass die ukrainischen Einheiten, sobald es geht, dort den Rückzug antreten werden, wenn sie die Angriffe nicht aufhalten können. Noch ein Stück weiter im Süden, aber immer noch im selben Sektor, greifen die Russen von Netalove aus an zwei Seiten des Gewässers an. Es ist genau so gekommen, wie ich es ihnen ja auch voraussagte, die Russen sind bisher nicht in der Lage gewesen, die Stellungen der 53. Brigade zu erobern, da diese sehr gut verteidigt werden. In diesem Gebiet fand zudem auch noch das Panzerdesaster der russischen Armee statt, weshalb sie so einen wiederholten Frontalangriff auf die ukrainische Verteidigung dringend vermeiden möchten. Sie erinnern sich ja vielleicht noch daran, dass die Russen hier sehr viele gepanzerte Fahrzeuge als auch Kampfpanzer verloren haben und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukrainer unter einem starken Munitionsmangel litten. Was machen die Russen also? Ganz genau das, was sie immer machen, wenn ein Frontalangriff nichts mehr bringt und zwar ein Kesseln. Das bereits eroberte Gebiet an dieser Stelle ist ein kleines Waldstück, über das sie sich im Schutz der Bäume bewegen können. Dadurch müssen sie sich nicht über offene Felder bewegen und stellen kein allzu leichtes Ziel dar. An dieser Stelle befindet sich dann auch ein kleiner Ort, den sie erobern möchten, da er ihnen als eine Art Knotenpunkt dienen wird, da es ja sehr gut zu versorgen ist und zudem besser verteidigt werden kann als das Waldstück an sich selbst. Durch die Lage des Dorfes haben sie auch die Möglichkeit, den Rückzugsweg der Ukraine abzuschneiden und die 53. Brigade bzw. Teile der 53. Brigade werden dann zwischen den eigenen Gewässern und den russischen Streitkräften gefangen. Es gibt im Moment zwar noch einen kleinen Korridor westlich von Umansk, der nicht in russischer Hand ist, jedoch fließt dort ein Gewässer hindurch und dieses soll auch nicht befahrbar sein, was den Verlust von Ausrüstung und Fahrzeugen mit sich bringen würde. Die Ukrainer müssen dringend den Korridor im Westen offen halten und mit aller Kraft verteidigen, wenn sie weiterhin auf dieser Seite des Gewässers verbleiben wollen. Ansonsten hilft nur das Verlegen der Teile der 53. Brigade auf die andere Uferseite und die somit verbundene Aufgabe des gelb gestrichelten Bereichs. Alternativ könnte man auch einen Keil in die ohnehin schmale russische Angriffsrichtung drängen, um sie somit zu teilen, sowie auf der Karte eingezeichnet. Damit hätte man sie von ihrer Versorgung abgeschnitten und die Einkesselung vorerst beendet. Doch ich kenne die aktuelle Lage der 53. Brigade nicht und kann deshalb nicht wie gewohnt eine genauere Prognose abgeben. Aber wenn wir schon beim Thema Einkesseln sind. Scheinbar sind in Wuvchansk einige russische Soldaten eingekesselt worden. Dabei geht es um diesen Bereich, in dem sich weiterhin Russen aufhalten. Diese haben sich anscheinend in den Kellern einer Fabrikanlage versteckt und sind vor dem ukrainischen Angriff überrascht worden. Hier gibt es auch drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass die Russen wieder eine Verbindung zu den eingekesselten Soldaten aufbauen können, damit diese fliehen können. Das halte ich für unwahrscheinlich, da sie ja momentan die ukrainischen Gegenangriffe abwehren müssen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Russen aus dem Kessel ausbrechen und wieder zu ihrer Einheit aufschließen können. Und die dritte und meiner Meinung nach auch letzte Möglichkeit ist, dass die Ukrainer sie einfach aushungern lassen und auf ihre Kapitulation warten. Denn die haben ja auch nicht unendlich Munition und werden ja auch nicht mehr versorgt. Wie ich vor einigen Tagen schon sagte, gehe ich ja davon aus, dass die Russen sich im Hinterland festsetzen wollen. Das hat den Grund, da man recht viele logistische Lieferungen gesehen hat, also LKWs oder Pioniermaterial, welches in das Gebiet geschafft worden ist. Was man so gut wie gar nicht gesehen hat, waren Kampfpanzer oder gepanzerte Fahrzeuge. Der russische Vormarschier ist ohnehin beendet, aber das bedeutet, dass die ukrainischen Einheiten weiterhin gebunden sind. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass sie sich hier weiter festsetzen wollen, damit eben die ukrainischen Einheiten gebunden sind und sie es auch gleichzeitig nicht schaffen, die Russen bis an die Grenze zurückzudrängen. Aus diesem Grund errichteten sie nun auch Grabensysteme im Hinterland, um die ukrainische Offensive aufzuhalten, wenn sie überhaupt einmal ins Rollen kommen würde. Bisher sind es ja nur absehbare Angriffe innerhalb der Stadt. Aus einem Treffen der G7-Staaten geht nun hervor, dass die Ukraine ein Kredit von 50 Milliarden US-Dollar erhalten wird, welcher aus den Zinsen eingefrorener russischer Vermögenswerte in Europa gebildet wurde. Somit ist nun offiziell der zweigrößte finanzielle Unterstützer der Ukraine die Zinsen aus dem russischen Vermögen. Der Druck, Geländegewinne zu erzielen, ist enorm hoch, wenn es um die russische Seite geht. Sie befinden sich ja wieder in einer Offensive, obwohl sie ja gerade erst aus einer gekommen sind. Das bedeutet, viele Schritte bzw. Erholung fand nicht statt. Hier haben wir mal wieder ein sehr interessantes Video eines russischen Soldaten der 83. Angriffsbrigade. Angriffsbrigaden haben wir bereits in meinem Video über die Struktur von Angriffsbataillonen und Angriffskompanien angeschnitten. Wie der Name ja schon sagt, ist die Hauptaufgabe der Angriff. Die russische Doktrin schreibt dabei mehrere Wege vor, die auf dem Papier sehr gut klingen, aber in einem modernen Krieg überarbeitet gehören. Den Einheiten einer Angriffskompanie wird übrigens auch gesagt, dass sie erst alle gegnerischen Stellungen und Positionen erobern und die Verwundeten so lange liegen lassen müssen, bis die Sanitäter, welche nach der Schlacht kommen, sich um diese kümmern. Das klingt zwar kaltherzig und unkameradschaftlich, ist es auch, und sowas würde man in einer westlichen Armee nicht so vorgeschrieben bekommen. Aber aufgrund der russischen Doktrin und dem Angriffsverhalten muss das aber so erfolgen, denn sonst ergibt deren Strategie keinen Sinn. Das lastet aber natürlich auf der Moral der Soldaten. Dieser hier meint sogar, dass sie seit drei Tagen ohne Essen, Trinken oder Unterstützung sind und sie es nicht mehr länger aushalten würden. Zudem musste er auch die Verantwortung eines Kommandanten übernehmen, da dieser verwundet sei. Er ist so schwach, dass er nicht mehr laufen kann, aber überleben möchte. Dann sagt er noch, dass sie kapitulieren wollen, weil es nun einfach reicht. Sie wollen einfach nur überleben und es gäbe ohnehin keine Wahl, da sie keine Munition oder Versorgung haben und er am Dehydrieren ist. Am Ende warnt er nochmal alle Menschen davor, einen Vertrag mit der russischen Armee einzugehen. Da wirkt das Sprichwort ohne Mampf kein Kampf stärker als sonst. Das ist eines von vielen Videos über Beschwerden innerhalb der russischen Armee. So gut wie alle haben eine Sache gemeinsam und zwar die mangelnde Versorgung. Es ist nicht einmal das Sterben durch Feindwirkung, denn das ist meistens immer nur zweitrangig. Am meisten hört man so etwas wie, der Feind ist zwar schwer zu bekämpfen und wir haben Verluste, aber wir haben Hunger oder Durst oder kaum Munition. Solche Berichte kamen anfangs ja von russischen Staatsbürgern, jedoch änderte sich das im Laufe der Zeit rapide. Die meisten solcher Beschwerde-Videos stammen nun von nepalesischen, chinesischen, indischen oder afrikanischen Bürgern, die innerhalb der russischen Armee kämpfen, da ihnen hohe Gehälter oder eine Staatsbürgerschaft versprochen wurden. Die Ausländer der russischen Armee sind ja meistens die, die am gefährlichsten leben, weil sie ja auch die gefährlichsten Aufgaben bekommen. So blöd es auch klingen mag, aber das macht ja aus russischer Sicht auch total Sinn, da man somit die Leben der eigenen Leute etwas mehr schonen kann und auch das Volk ruhig halten kann. Macht ja auch bei den russischen Bürgern einen Unterschied, ob heute 1200 Russen oder 200 Russen und 1000 Ausländer gestorben sind, die ohnehin keinen Bezug zum russischen Volk haben. Da die Todesraten an Ausländern recht hoch sind, versuchen die jeweiligen Länder eine Rekrutierung der eigenen Leute zu verhindern. Nach Nepal, Indien und Kuba ist nun auch Sri Lanka soweit. Die wollen sogar einen Schritt weiter und hunderte Soldaten wieder zurückholen, denn laut Sri Lanka sind mindestens 800 Bürger durch falsche Versprechen der russischen Armee beigetreten. Dazu gab es dann am 10. Juni ein Treffen zwischen den Außenministern, bei dem vereinbart wurde, dass die Rekrutierung nicht mehr stattfinden darf und am 26. Juni wollen sie bei einem weiteren Treffen das Rückführen der Soldaten besprechen. Das wäre somit in 13 Tagen, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, in 13 Tagen kann auch sehr viel an der Front passieren. Zu guter Letzt, wegen neuer Sanktionen musste die Moskauer Börse den Handel mit US-Dollar und Euro beenden. Aufgrund der Angst, dass der Rubel nun weiter an Wert verlieren würde, beziehungsweise die Ersparnisse in Dollar und Euro verloren gehen, haben sich viele Leute nun dazu entschlossen, ihren Besitz abzuheben. Laut den Russen wird man in Zukunft als Privatperson, als auch als Unternehmen weiterhin Euro und Dollar an der Bank abheben können. Jedoch soll nur der Börsenhandel in Euro und Dollar gestoppt werden, was ja eben für Privatpersonen kaum zu spüren sein wird. Also viel Panik eigentlich dafür, dass der Rubel nun eigentlich gestärkt werden sollte, da man eben nicht durch Euro und Dollar an der russischen Börse zahlen kann. Und damit bedanke ich mich, wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Lagebericht. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Mal.